Vielen Dank, Heinz Mertens aus Washington. Blicken wir nun nach Deutschland. Viele Bundesbürger können es nicht fassen, was sich in diesem Moment in der beschaulichen Stadt Bocholt nahe der deutsch-niederländischen Grenze ereignet. Der Fahrradhersteller Rosebikes hat vor einigen Stunden bekannt gegeben, dass Cross-Country-Fahren wieder Spaß mache. Seitdem herrscht Ausnahmezustand. Theodor Hill berichtet. Danke, Koppel. Was für ein Wahnsinns-Hobel. 29 Zoll Laufräder mit Boosch-Standard machen dieses Fahrrad zu einer Allzweckwaffe für Cross-Country und Marathon. Rufen Sie jetzt an. Die Leitungen sind frei. Wenn Sie in der nächsten Stunde bestellen, erhalten Sie diese Luftpumpe gerade. schredpartner.com Finde jetzt deinen perfekten Schredpartner und erlebe dreckige Stunden auf dem Bike. Ich habe meinen Schredpartner schon gefunden. schredpartner.com Sasa, der hat dem Timo jetzt mal so einen richtigen Dämpfer gegeben. Och Mensch, Mike, der Timo, der fährt so einen krassen Ego-Boost und bei Sasa weiß... Nein, und... Boost, leider falsch. Das Lösungswort lautet X-Light-Disc. Leider auch falsch. Ein kleiner Typ an dieser Stelle, das gesuchte Lösungswort hat eine Reifenfreiheit von 2,3... Fruchtbare Flora und Fauna bietet vielen Tieren ein Zuhause. So auch dem deutschen Riesen. Kaninchen sind sehr scheue Einzelgänger und verlassen ihre Verstecke nur in der Dämmerung oder in der Nacht. Schau mal, wie schön der Lack im Licht funkelt. Ja, wie ein Sternenhimmel. Wirklich, ganz einmalig. Und der Carbonrahm wiegt dabei noch nicht mal 1.800 Gramm. Young Trap ist bereit für das Rennen. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Echte Fahrräder. Echter Fahrrad. Jetball, der verrückte Held vom Thrill Hill Team. Young Trap. So cool. I, wie Inlands-Inspension-Design. Wir loggen den Buchstaben I ein und... Die ist richtig. Okay. Gleich zweimal. Marianne. Jetzt musst du dich natürlich entscheiden. Möchtest du lösen? Thrill Hill. Thrill Hill ist richtig. Ups, die haben sie aus. Ja! 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 Ja!